Hier wird weiter zerstört, Ricky ist nicht mehr mit dabei, aber für Wollo und Colin sollte es allemal reichen, dass ich sie vernichte. Ich meine, Ricky hat eh nix, ne? Ricky, der war sogar mein stärkster Gegner in meinem letzten Part, glaube ich, aber... Aber wir sind gerade sehr tryhard unterwegs, bei Wollo und Colin gibt es natürlich schon einen Part. Ah, der wollte mich verarschen. Perfekt. Man braucht tatsächlich eine Feuerblume, um ins Ziel zu kommen. Boah, und der Wollo hat einfach durchgezogen. Ja, ich habe die Feuerblume noch nicht bekommen. Ich habe sie leider verloren, aber ich wäre sowieso zu spät gekommen. Oh, Mann. Du kamst halt in mir so viele rote Münzen sammeln, aber okay. 1 zu 0 zu 0. Das geht natürlich wieder das bewerte Prinzip, wer zuerst 5 Punkte erreicht. Das ging schnell. Ja, so sollte es doch sein. Danke, ne? Es läuft bei mir immer am besten, wenn die anderen aufnehmen. Das ist so ein kleiner Fluch. Aber ich versuche, ich halte mich ran. Ich bin schon gebrochen. Man weiß halt, jetzt sehen die Leute das eigene Gameplay. Jetzt kannst du nicht mehr rumhandeln. Du kannst gerne Faxen machen. Cornel hat ganz schön einstücken müssen. Bei Wollo und Cornel. Aber eigentlich musst du genau deswegen nicht aufgeben, weil das war unnummerlich. Ich habe gerade nicht geschafft, eine Feuerblume einzusammeln. Aber du hattest so ein Aufhol-Run eigentlich. Ja. Alles gut. Für euch soll es reichen, ne? Was? Ihr habt mich da reingequetscht. Ich habe mich nicht mal gesehen. Bist du selbstständig rein, Johnny? Du bist schon ein großer Junge? Ja, da ist aber jemand auf meinen Kopf gesprungen. Also das... Zumindest das ist passiert. Dieses Spiel ist doch kompletter Humbug, Alter. Ich habe eine Idee. Ich habe doch... Meine Damen und Herren! Das muss doch irgendwie... Also ich finde gerade, das ist das beste Spiel. Das muss doch irgendwie... Oh. Scheiße. Cornel und ich wollten irgendwie cheese. Aber es... Das geht auch nicht. Es ist ein Freifick für Wollo. Damn. Ja. Da sieht jetzt wieder keiner, wie ich das hier wegspiele, ne? Stimmt. Es ist zu mir im Recht. Warum ist das immer genau falsch rum? Verstehe ich auch nicht. Na gut, das ist ja immer so. Ich starte immer gut. Und dann ist... Ja, aber das war bei Mario Kart auch so. Wir haben es genau falsch rum aufgenommen. Bei meinem Part hat... Ja, ich wollte es jetzt nicht erwähnen, aber... Wir haben ja nicht alles wegspoilern. Jetzt ist es ja schon raus, eigentlich. Nee, eigentlich nicht. So, Cornel ist Mario. Ich bin Louis. Wollo ist tot. Für die, die es nicht wisst, das wird ja immer angezeigt. Doom's Dungeon. Deswegen mag ich mal. Grüße gehen raus. Doktor drüber mal? Das klingt eher nach so'n... So'n Zelda-Dungeon oder so. Ja, es ist irgendwie so'n Rätsel-Scheiß. Ja, Zelda-Dungeon. Der bastelt sich auch immer seine Realität. Ach, ich... Sag doch nicht so böse Sachen, fuck. Ich finde, das sieht so aus voll. Wie so'n... Oh. Ich hab' das Ziel gefunden. Als ob. Als ob. Aber kann's nicht rein. Ich kam irgendwie nicht rein. Das war ganz komisch. Als wäre da so'ne Kraft, die mich nach links drückt. Ich... Ich komm auch... Ja, es ist wieder so laggy, Alter. Ich muss mich dem erst mal... Das war richtig lame. Das hat jemand gebaut, indem er einfach so gekritzelt hat. Das sind die besten Levels. Aber GG. 2, 1, 0. Ja. Was für schnelle, nervige, dumme Level einfach, Alter. Momentan irgendwie schon. Voll antiklimatisch. Wusstet ihr, dass es antiklimaktisch heißt? Echt jetzt? Ich hab' das immer falsch gesagt, ja. Ich auch. Das hat jeder falsch gesagt, glaub ich. Ja, ich glaub' auch. Okay, okay Google. Jeder denkt, es heißt antiklimatisch. Antiklimatisch. Die Suche hat das hier ergeben. Ja, nice. Sehr gut. Cornel und sein Google sind auch immer wieder, immer wieder schön. Und sind hier nie. Nee, ist fast. Habt ihr den Gamer-Moment gerade gesehen? Ich hab' voll verloren. Ich äh, äh, äutere mich nicht dazu. Ähm. Hä, warum? Oh. Oh mein Gott. Ihr seid so los. Warte, wieso, wieso ihr? Wer ist denn gestorben? Oh mein Gott, ich bin schon wieder gestorben. Achso. Hä? Das ist einfach ein Schlüssel. Was soll das denn? Was? Wie? Ich hab' dich einfach mit, ähm. Oh mein Gott, was war das? Was machst du denn da? Was passiert? Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich weiß gar nicht, was zu tun ist. Du brauchst den Schwarm, oder? Hier. Du bist so los. Ich führe. Oh mein Gott, so verdient. Ich hab' so gegamed. Was hast du denn daran verdient? Kann mir keiner erzählen. Ich hab' dich mit dieser Kiste hops genommen. Hast du nicht. Ich stand doch wieder drauf. Aber das Spiel ist einfach... Du hast das nicht recovered. Ich... Hä? Ich war doch schon... 2 zu 2. Aber... Das ist jetzt auch... Ich hab das Level überhaupt nicht verstanden. Das sind grad die ganze Zeit die selbe Art von Level. Der Schwarm wurde durch die Holzblöcke geblockt. Der unter dem war somit Block, den du... Da hättest du ne Stammattage drauf machen müssen. Achso! Ja, der ist an dir weg, der war da nicht normalerweise. Ja, ich blende hier einmal Wollos Sicht ein, die ich nicht habe. Lass uns gegen den Zeit. Dann wisst ihr, wovon sie sprechen. Ja, vom Anfang. Direkt am Anfang. Das ist schon wieder so ein Level irgendwie. Das ist einfach nur belastend. Guck mal, da hoch. Ich wollte gerade sagen, müssen wir jetzt... Oh, ich habe den Kugelbilly erwischt und verkackt. Oh mein Gott, okay. Den Sieg habe ich nicht verdient. Oh, ich bin so dumm. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Och man. Ich wusste nicht, wo man sich dreht. Sag mal, seid ihr zu dämlich darüber zu... Ja, sind wir. Ich bin am Kugelbilly gestorben. Ich bin am Ziel. No way. Wie hast du denn? Hä? Oh mein Gott. Bist du das, Wollo? Ja. Oh, ich sehe das Ziel auch. Ja, geh mal weg. Was muss man hier machen? Warum bist du bitte so dumm? Hi, Jungs. Geht das? Ja, natürlich geht das. Was ist denn los mit dir? Hä, wie hast du das gemacht? Wie bist du da rüber gerannt? Ich denke auch, das geht ganz einfach. Was? Was ist los mit euch? Das geht nicht. Da musste man einfach hinspringen. Wohin? Wo warst du denn? Ich weiß an der Stelle, wo du schon meins konntest. Einfach Anlauf nehmen und drüberspringen. Ich dachte auch, ich muss auf das Eis irgendwie drüberspringen. Ich auch. Ich muss den Rollerfluss da drauf. Ich habe nicht gesehen, dass es da auf der anderen Seite keine Stacheln mehr gab. Steht's? 2 zu 2 zu 1? Ja. Denn es ist Kordelzeit. Erstes, erstes Mal gutes Level. Erstes Mal gewonnen. Das war genau so ein Level wie die davor. Nein, das war mit Stil. Das hat das gewisse Extra. Das davor, das mit den Wumms, die sich durch die Kisten drücken hat, das hatte auch ein Konzept. Da hatte ein Scheißkonzept. Das mag sein. Da sage ich gar nichts gegen. Lass mich mal in Ruhe. Tut mal mit deiner Taktik. Lass es lieber. Ich, ne? Ich dachte, die Regenbogen blocken ein. Boah, Wollo. Asmak. So, ich habe jetzt Zeit, weil entweder habe ich eh verloren oder... Play... Ich play safe. Wieso ist Luigi hinter mir? Weil ich gestorben bin, du Affe. Ich wollte nur, dass du es ausschauen hast. Oh, Wollo ist hier. Es gibt keinen Entwicklerausgang. Habe ich auch gesucht. Unnötig in so einem Level. Wieso? Ja, weil es nicht so schwierig ist, Mann. Ja, aber ein bisschen noch nicht im Ziel. Hey, geh mal weg. Scheiß, jetzt kann der fliegen. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich auch nicht. Okay. Nein. Ich bin da auf Arbeit. Der kommt. Oh Gott. Ich führe. Warum führt der jetzt, Wollo? Wie fliegt der? Bleib mal da oben. Oh nein. Perfekt. Das ist nicht perfekt. Du bist groß. Ja. Als ob das hier ist. Als ob das Ziel hier ist. Wollo, warum? Das ging hier um 0,1 Sekunden. Ja, weil wirklich. Das war... Wie konnte der mich denn überhaupt einholen? Das war so intens. Wie konnte der mich einholen? Weil ich in die falsche Richtung geflogen bin. Weil ich mir nicht sicher war, wo ich einholen bin. Es ging plötzlich nach links. Und Wollo konnte das nicht wissen. Und ich habe es einfach versucht und hatte Glück. Ich war einfach schon so im Lauf. Dann dachte ich jetzt, liegst du durch. Wenn man das Cape hat, will man halt auch fliegen, ist das Ding. Es war so, es kommt ein Auto. Du bist auf dem Fahrrad. Siehst du, du willst da jetzt reinfahren. Aber tust du dann so, als würdest du nach links fahren müssen. So, als wenn es geplant ist. Das ist so momentan. Man geht in der Stadt umher. Man weiß nicht ganz, wo man ist. Guckt aufs Handy. Tut, als hätte man was Neues erfahren. Und wäre ärgerlich oder so. Und dreht um. Das kennt jeder. Das hat schon tausendmal gemacht. Scheiße, hätte ich das gewusst. Das ist ein Level, das wir können nicht mehr weiterspielen. Doch, klar. Oh, nein. Ja. Ja, aber das könnte möglich sein. Nein, das ist nicht möglich. Das könnte möglich sein. Ich muss den Aufluft da nicht drücken. Hä? Junge, das geht nicht. Cordell, er gibt auch noch nicht auf. Ich habe jetzt noch viel Mario-Erfahrung, dass ich weiß, dass es nicht geht. Da verlasse ich mich drauf. Das geht. Das geht. Scheiße, jetzt ärgere ich mich. Das fühlt sich richtig an. Ich lasse ihn sogar, ich lasse ihn das mal machen. Ja, siehst du mal? Ich habe mal überrascht. Ich war überrascht. I fucking did it. Mann. Ja, es zählt nicht mehr. Achso, okay. Ja, weil Wollort aufgegeben ist. Ja, da kann ich doch nichts für. Ja, das ist meine Schuld. Das ist meine Schuld. Oh, ich bin gestorben. Ja, komm, scheiß drauf. Jetzt scheiß drauf. Von mir aus können wir, ja, wenn es eh nicht zählt, brauche ich es ja nicht zu Ende spielen. Ich würde es zählen. Jetzt zählst, weil du da vorne bist. Ich sehe es schon. Ich bin doch auch hier am Start. Nein. Wir können das jetzt nicht 200 Sekunden lang versuchen. Das war ja auch pures Glück bei mir. Ja, komm. Bei mir ist es egal, ne? Ich hätte mir den Sieg halt echt noch holen können. Aber dass ich da hinten gejoggt habe, ich hätte einfach vorsichtig spielen sollen. Dann wäre es... Alle haben aufgegeben. Es wäre kein Punkt, auf den ich stolz gewesen wäre. 1, 2, 1, 1. Hä? Oder was? Ihr schiebt euch auch die Punkte, wie es euch gefällt, ne? Ich habe eben gegen Wollu gewonnen. Jeder, der mitgezählt hat, weiter steht 2, 2, 2, 2, 1. Dieser Sieg. Dieser zweite Sieg von dir. Ich weiß nicht, wo der war. Ich auch nicht mehr. Ist mir entgangen. Multiplayer, top speed racing. Ich glaube, da habe ich nicht mitgespielt. Oh, ja, ja. Entschuldigung. Ich darf es mitkommen. Oh. Ne, aufstoß bin immer ich. Oh, wir müssen so eine Münze holen. Ich dachte mir, ich sage es einfach. Oh. Oh. Man kann das eh nicht zu zweit anscheinend. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, oder was? Geh doch mal da rein. Oh, ganz rein. Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen, Alter? Warte, wusstest du gerade nicht, dass das so ein Level ist? Doch. Aber ich dachte, ich bin Mario. Achso. Und denke mir so, wieso bewegt er sich nicht mehr? Du bist so ein Lass. Hä? Als ob ich zu dumm dafür bin. Oh, nein. Schlecht sei dir. Wenn ich das verlieren, rast ich aus. Oha, du bist ja schon viel weiter. Oh mein Gott, ich komme nicht hoch. Deswegen denke ich mir auch, warum seid ihr so schlecht? Na, halt echt. Ich komme ja nicht hoch. Rollo-Chop, bleib mal irgendwo hängen. Ich weiß nicht, was ich machen muss hier. Ah, perfekt. Hat wirklich nicht, keine Ahnung. Oh, geil. Aber wisst ihr es? Ich bin ja noch nicht da. Äh? Was wollte ich denn hier machen? Ich bin jetzt bei diesem Riesenpilz. Aber ich weiß, was ich hier machen soll. Ah, vielleicht. Okay, zurück kann man nicht. Ah, okay. Was du's? Ja. Scheiße. Aber das kostet jetzt viel Zeit. Oh, das kostet mich vor allem Zeit, weil ich nicht gesehen habe, was du gemacht hast. Ich hätte es ja sonst... Achso. Oh, ich seh's. Oh, mein Gott, ist das clever. Hier weiß ich auch nicht, was ich machen muss. Oh, perfekt. Komm, Johnny. Einmal den Durchblick haben jetzt. Das ist wichtig. Keine Ahnung, was soll ich denn hier machen? Ich weiß nicht, wie das geht. Also. Ich hätte das nicht verlieren dürfen. Oh, perfekt. Ah, der hat gewonnen. Mann. Hä, wo hattest du jetzt ein Problem? Was war jetzt schwer? Oh, nur hat die Bedingung erfüllt. Oh, nein. Ah, okay. Das baut hier. Nein. Wo ist das Ziel? Oh, was? Das geht doch gar nicht. Hey, wo kriegen wir einen Schlüssel her? Wie geht's denn? Ach so. Verdammt. Verdammt. Ich hätte es fast noch... Ach, Mann. Dann dauert es auch noch ewig, damit die anderen eine Chance haben, wieder dran zu kommen, oder was? Ich weiß nicht, was das sollte. Ja, dann geht das nicht weiter. Ich glaube, der, der die Zielbedingungen als erstes erfüllt hat, kriegt das aber auch. Aber wärst du nicht zurückgekommen, hätte ich es gehabt... Oh, mein Gott. Kaune wieder. Turboloss. Drei, drei, eins. Boah. Wollo, hör doch mal auf. Ich muss den Link wieder haben, weißt du? Für eine Bombe. Ich will das gewinnen. Das geht ja gar nicht. Das ist ja eine Säge vor. Ich kann den nicht kriegen. Ja, verstehe. Ich war auch fast da. Hätte ich jetzt verloren, weil ich nur was zurückgeguckt hätte, naja, wäre ich ausgeregt. Ich hatte da mit diesem komischen Dreifhaken Probleme. Ich auch. Ich nicht. Ich weiß nicht, warum. Hört auf! Das ist meine Technik. Seht ihr? Das war ein Musterbeispiel dafür, wie ich die immer meine. Nee. Doch, genau so will ich das immer machen. Hier bin ich. Hier bin ich? Ah, okay. Oh mein Gott, nein, da ist ein Frosch-Soot. Was? Was? Wie dumm es war, nicht dieses Ding, sagt ihr mir. Ja, extrem dumm, aber man muss manchmal gamblen. Nein, ich dachte mir, vielleicht... Nein! Ja, jetzt habe ich verloren. Nee, hier ist ein Bosskampf. Ich habe trotzdem... Also... Jetzt ist hier ein Bosskampf auch. Das war viel zu intens. Scheiße. Hä? Wie sieht man den denn? Jetzt ganz in Ruhe hier. Die beiden sind immer noch beim Bosskampf, Johnny. Chill ein bisschen. Oha, der Froschanzug ist ja mega sick. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was den macht. Was ist denn das für ein Lary? Aha. Oh, oh. Kann man... Ich wollte da nicht rein. Kann man auch hier was? Lass mich da doch jetzt eben rein, dann können wir weiter. Ja, du bist jetzt im Ziel. Wie geht man denn unter Wasser? Wie geht man denn unter Wasser? Mit dem Froschanzug geht es gar nicht. Oh mein Gott. Ja, man muss ein bisschen geduldig sein. Oh, was? Hä? Wir sind eingesperrt. Warte mal. Warte, es hier... Hä? Oh, immer diese Scheiße. Warum kann das nicht einfach mal ein normales Level sein? Hä? Nee, der muss... Die müssen jetzt schießen, oder? Ja, dachte ich auch, aber... Ich weiß noch nicht wie, und was soll denn das? Oh, wir müssen da links die Tür kaputt machen. Warum kann ich hier rein? Warum... Jetzt verstehe ich auch nicht. Okay, aufgeben. Nein, nicht aufgeben. Du kannst doch nichts mehr machen. Du kannst doch neu starten. Ach ja, scheiße. Oh Mann, Wollo. Oh ja, was vergesse ich das immer? Ja, jetzt will ich auch aufgeben, damit es halt... Nein, wie ruhig. Ja, wir gehen jetzt auch. Ja, doch. Aber lasst mich noch... Lass mich noch alles gut. Lass mich noch mal kurz gucken, was da ist. Also, was man da machen soll. Es interessiert mich gerade. Wie lange brauchst du, bis jetzt da ist? Ja, die müssen halt dagegen schießen, da sind ja Blöcke zwischen denen, die kaputt gehen. Und dann kann man ja in die Tür. Ach, hier gibt es sogar den... Der hintere Maschine, da weiß ich. Aber warum gibt es dann überhaupt den nach oben und... Oha, keine Ahnung, ja, verstehe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Was soll das? Da ist das Ziel? Nee. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe gar nicht, was der Raum da oben bringt. Ja, nichts. Das ist einfach nur zum Abfacken. Das ist echt einfach nur ein Strolllevel. Ja, das geht nur zum Abfacken, ja. Das geht ja auch so weiter, ehrlich gesagt. Ich bin gleich wieder eingesperrt. Ja, auch gar keinen Bock da drauf. Aufgeben. Super. Oh mein Gott, der... Das hier ist genauso nervig. Der nächste Raum war schon noch schlimmer. Oh mein Gott, diese... Dieses Spiel, ne, hat ja Potenzial, aber... Wie kann man so schlecht mal sein, einfach? Man braucht halt echt so ein... Ja, ein Voting-System, eine Tech-Auswahl, what the fuck. Man kann die Level halt bewerten, aber man muss eigentlich mehr so... War das Multiplayer-relevant oder so? Das müsste man angeben können. Ja, ist... Also, so schwer ist es nicht. Nee, das wäre echt... Nintendo ist einfach nur Megalost. Ja, aber dafür machen sie dann so richtig geilen Shit hier rein und programmieren ziemlich aufwendig und... Bug frei und so. Die haben einfach komische Prioritäten. Nee, aber noch Fax-Geräte. Also... Ja, ich sag ja Prioritäten. Die Fähigkeiten werden ja da. Ja, wieder so gegangen. Ja, super. Es gibt ein Problem, wenn das Ziel kommt. Oh, so kann ich aufholen. Nice. Nice. Oh fuck. Ja, der Gewinner durch Glück jetzt. Es macht auch einfach keinen Spaß. Wie steht es denn überhaupt? Ich weiß nicht, wo das Ziel ist. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab noch... Es ist noch nicht vorbei. Oh, ich glaube, es ist vorbei. Ich hab das nicht gegeben. Das ist ein Gipfel-Level. What the fuck? Ja. Okay. Äh... Habe ich jetzt vier Punkte oder fünf? Was? Vier. Okay. 4 zu 3 zu 1. Ah, jetzt muss was kommen, was ich mal kann. Wie ich ihn da weggemacht hab mit dem Katzenanzug. Ja, das war kompletter... Kompletter Zufall. Ja, von mir aus. Ja, was? Ja, von mir aus. Wieso? Ich hab extra gesagt, guck mal, damit kann ich ihn überholen. Dann hab ich's gemacht. Damit kann ich aufholen, aber du hast nicht damit gerechnet, dass du mich damit... In den Abgrund schoß. Ja, das stimmt. So, what the fuck. Und es ist auch einfach nur dumm. Es ist einfach nur dumm, was da passiert ist. So passiert das. Hör auf, Alter. Es ist auch dumm, dass nur ein Katzenanzug da liegt. Sagt der Typ mit einem Win. So, das hat ja nichts mehr mit nem, äh... Wo ist das zu tun? Ja, musst du halt schneller sein. Ich versuch jetzt genau wie du zu argumentieren. Ja, nee. Du kannst es ja nicht wissen. Doch, ich hab mich ja am Anfang nach... Guck, schon wieder bin ich der Vorderste. Das ist doch kein Zugeil. Ich war vor dir. Ich bin an dem... Keine Ahnung, wo ich war. Nein, ich hab den Katzenanzug als erster. Ja, aber ich war vor dir. Nee. Ich bin, glaub ich, über den Katzenanzug rübergesprungen oder so. Bei mir nicht. Und es werden Frames übertragen, also... Oh, so lost von mir. Mega lost. Du bist einfach schlecht in dem Modus. Nein. Sagte ich und hab Instant Karma kassiert. Als ob ihr den Checkpoint nicht hattet und gestorben seid. Ich will dich doch nur triggern. Ich nicht. Ja, Cornel ist nicht so schlimm. Cornel darf ruhig. Na. Hab gechoked. Ist nicht so wild. Oh mein Gott. Weil ich zu überheblich war. Aber ich sage mal, 4 zu 4 zu 1. Scheiße. Matchpoint für beide. Erneut. Cornel, das ist jetzt eigentlich deine Zeit, um aufzuholen. Ja. Jetzt mach auch deinen Job. No or never. Verdammt. Pass auf, Cornel. Wenn du jetzt gewinnst, hast du dir verdient, heute Abend ein Raffaello zu essen. Wenn du verlierst, darfst du heute Abend kein Raffaello essen. Nächstes Level oder... Gesamt. Nee, Gesamt natürlich. Nur ein Rocher. Nur ein Rocher, wenn du verlierst. Aber Rocher ist teurer auch. Aber nur eins. Ich dachte, Raffaello ist geil. Ich glaube, ich mich daran halte. Du musst ja die Packung kaufen. Wenn ich gleich verliere, schicke ich dir ein Video, wie ich zwei Packen Raffaello auf einmal esse. Herzst du dann bitte direkt auf Wollo und Cornel hoch, dann lohnt sich's auch. Wenn ich dann sterbe, ist es deine Schuld, weil du mich provoziere das. Ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einfach verlassen hast. Okay. Wollo. Das lasse ich. Ja? Konzentrier dich. Ich will ein schönes Finale. Oh nein. Das ist so ein Ding, wo man gar nicht erspringen darf. Wollen wir ein anderes Level nehmen? Ich kann schon nicht mal Inside-Sonne fotzen. Ja, ich auch nicht. Wollen wir ein anderes Level nehmen? Wieso? Ich führe. Nein, jetzt krieg ich mehr. Du bist halt gesprungen. Das ist kein Multiplayer-Level so. Das funktioniert halt nicht. Ich lasse euch hier nicht durch. Ja, gut, ich drücke aufgeben, das ist halt zu nervig. Das funktioniert halt wieder nicht. Ja, das ist halt, das macht doch keinen Spaß. Also, auch wenn Cornel das jetzt irgendwie gewinnt. Kann er nicht. Guck mal, wie die jetzt reden. Das stimmt, man müsste ja jetzt neu starten. Du kannst doch gar nicht mehr gewinnen, Cornel. Du brauchst doch gar nicht spielen, du wirst nicht ins Ziel kommen. Ja, dann gib doch auf. Dann gib doch auf. Jetzt muss ich auf dich warten, Alter. Ich bin der Game Master. Der ist so ein egoistischer. Das bin ich. Alter, ich blute in deinem Ohr. Was? Ja, wahrscheinlich ein Pickel. Solange du nicht aus dem Ohr blutest. Ich kann dich nicht mehr hören. Warum? Oh shit. Ich hatte Q-Tips drin. Das war doch so ein bisschen weh. Das ist so eine miese Geschichte, dass du dir ein Trommelfell mit Q-Tips kaputt machst. Glaube ich zumindest. Das ist so eine ekelhafte Vorstellung. Glaube ich zumindest. Weil da war dann ein bisschen Blut dran am Q-Tip. Am Q-Tip ist immer mal ein bisschen Blut dran. Nee, dann geht man zu tief rein. Was soll das Trommelfell? Also, es ist echt nicht gesund, auch wenn es sich geil anfühlt. Wenn das Ohrenschmalz ein bisschen angekrustet ist und du es dann rauskratzt, dann ist Blut es immer ein bisschen. Eigentlich soll man das... Ach, das ist scrolling-Level. Ah, nee. Hä? Ja, warte ruhig noch. Oh, da kann man nicht rein! Ja, ich weiß. Oh mein Gott! Ist das einfach... Oh nein! Oh, wir müssen zählen! Oh, was ein dummes... Oh, ich hab' ich verloren. Hey, was? Was ist scrolling? Nein, voll, oh nein! Hä, alle sind hier. Was? Was ist passiert? Ich werd's euch nicht sagen. Ja, ich auch nicht. Ich kenn' die Antwort. Oh, der... Der leckt schon wieder wie... Der Torfell. So! Ja, aber was soll man hier zählen? Ach so! Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der war falsch. War's falsch? Ja, war falsch. Jetzt weiß ich, wie viel es ist. Meins war richtig. Alle waren falsch. Neun ist richtig. Oh, mein, das ist schon wieder so ein nerviges... Mal drei, das Richtige? Ich wusste nicht mal, was ich zählen soll. Wahrscheinlich die Gumbas, oder? Ich war... Ja, ja, ja. Ne, das war nicht die Gumbas. Doch, doch. Ist ja nicht. Nein! Oh, wir sind alle hier. Ah, du hast ihn doch die Gumbas. Ja. Na, wisst das noch? Ja, vor allem, dass der Bildschirm scrollt nicht lang... Oh! Oh mein Gott! So, jetzt ist, äh... Weiß ich nicht. Äh... Ich glaube, ich weiß es. Nein! Da wollte ich nicht rein! Warte doch! Yes! Ich habe richtig gezählt. Ja, ich wollte da auch nicht rein. Bin da reingefallen. Ich weiß es, ich weiß es. Let's go! Oh mein Gott, das ist doch auch... Oh mein Gott, warum... Ah, eine Danksagung! Thank you very much. Warte, was? Oh mein Gott... Insgesamt, man muss die zusammenrechnen! Und zu wissen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, ich sehe gerade mit. Ja! Wie will er das hier? Und... Fuckin! Team! Johnny! Does it again! Hat er gelackt. Er holt es sich zurück. Hä? Der Titel wird verteidigt. Den ist Johnny doch gerade reingegangen. Hä? Hat er ich nicht. Ja, Jungs! Ah, was für... Ah, Glückwunsch! Schönes Spiel! Traurige Level, Alter. Traurige Level. Ich fand das letzte Level sogar ziemlich gut. Warte, gib mal einen Daumen hoch, wenn ihr auch Nintendo hast. Und schreibt ein Hashtag verdient in die Kommentare. Wir sehen uns bei WonhundKorne. Und in einer anderen Welt. Haut rein, Jungs. Haut rein. Ciao. Ciao, Kordel. Ciao. Ciao.